Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen, es geht gerade weg, verdammt, Castlevania 2 Simons Quest in der deutschen Übersetzung auf dem NES. Die deutsche Übersetzung ist von, da unten steht es, von, oh, das steht sogar richtig da, übersetzt von Kill Bill 158 im Jahre 2012. Ja, genau. Hat er damit angefangen. Genau. Aber wir erzählen. Ich begrüße den Kill Bill, Kill Bill 158, ich begrüße Sie. Genau, hallo, hier so. Was hast du damit zu schaffen? Ja, ich habe da 2012, wie gesagt, damit angefangen, das zu übersetzen. Das ging auch relativ schnell, über, ja, vielleicht einen Monat oder so, oder zwei Monate, wenn es hochkommt. Das Problem war, dass ich dann stecken geblieben bin, nämlich beim Outro, beim letzten, also es gibt ja drei verschiedene Enden hier, also Outros, drei verschiedene. Und das dritte Ending, das war dann doch ein bisschen, naja, sehr schwierig zu übersetzen. Schwierig? Ja, ja, weil es war nicht sehr, also erstmal war es sehr schwer zu verstehen, was die überhaupt meinen da. Und dann das Ganze noch hier rein zu quetschen, dann ins Outro, so damit es auch lesbar ist. Ja, das habe ich dann irgendwie geschafft. Und das Ganze, dass ich das geschafft habe, hat dann in etwa von 2012 bis 2014 gedauert, also zwei Jahre. Junge, Junge. Also quasi zwei Sätze haben zwei Jahre gedauert, um die da rein zu quetschen. Aber nichtsdestotrotz... Es ist fertig geworden. Es ist fertig geworden und ich bin eigentlich froh und stolz drauf, das jetzt auch mit hier zu Let's Playen mit dem Pickhunter. Ja, ich bin mir einfach rüber. Und das auch gleich damit vorzustellen. Er wurde auch natürlich erfolgreich unter Readme erwähnt als LPer. Aber die werdet ihr erst sehen, wenn das LP hier zu Ende ist. Und ich darf dich übrigens dazu beglückwünschen. Zwei Jahre sind deutlich weniger, als Duke Nukem Forever gebraucht hat. Auf jeden Fall. Also da muss ich... Jetzt ist er weg aus dem Skype. Dann lese ich jetzt einfach mal den Prolog vor. Unter anderem... Halt, 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 halt. Du warst nämlich plötzlich weg. Okay, bin ich jetzt wieder da? Du bist jetzt wieder da, ja. Weiß nicht, was hier los ist? Ich weiß nicht, du warst irgendwo im Nirwana. Du bist plötzlich verschwunden und dann habe ich irgendeine Melodie getrallert. Aber ich lese jetzt einfach mal den Prolog vor. Es braucht genug Zeit zum Quatschen, dachte ich mir nämlich. Nee, das können wir jetzt noch wegmachen, weil nachher haben wir dann ein bisschen Fusselein, wo wir lang müssen. Okay, pass auf. Auf jeden Fall... Das schneit zu saurig. Auf jeden Fall war das so, dass ich einige Neuerungen ins Spiel eingebaut habe. Und die sind unter anderem, wie gesagt, ich habe die Umlaute E, Ä, Ü, Ö hineingemacht. Ein SZ ist drin, wie man auch so schön sieht. Hier ist ein Ö zum Beispiel unten. Natürlich im Stil von dem Font, der auch im Spiel schon benutzt worden ist. Was habe ich noch gemacht? Ich habe das Passwortmenü eingedeutscht. Ich habe versucht, ein bisschen in die japanische Richtung zu gehen. Zum Beispiel hier bei diesem Intro. Da wird hier in der US-Version, also bei dem Prolog, hier wird in der US-Version mehr oder weniger wieder eine Werbung eingespielt, wie toll das Spiel doch ist. Ich habe auch gedacht, das ist doch Quatsch. Hier machen wir ein richtiges Intro rein, nämlich um was geht es denn eigentlich in dem Spiel. Und das wird quasi hier in diesem Prolog, den ich hier geschrieben habe, auch erwähnt. So, und damit leite ich jetzt quasi... Achso, und dann habe ich noch ein paar andere Zeichen. Also so, wie sagt man dazu? Sonderzeichen halt. Sonderzeichen. Ja, nicht in Schrift, sondern ich habe auch einige Symbole hineingemacht. Oh, Symbole. Ja, sogar Symbole. Rune. Nee, Symbole habe ich reingemacht. Aber gut, damit leite ich ein. Jetzt übernimmt der Pickhunter und wenn mir das einfällt, dann quatsche ich einfach ein. Ausgezeichnet. So, und zwar der Prolog, der erzählt dann das, was nach, also zwischen Teil 1 und Teil 2 passiert ist, nämlich mal, und zwar Dracula verfluchte Simon bei der letzten Begegnung und verbrach seine Seele in 5 Reliquien. Wir lesen gleich weiter vor. Genau. Das geht ein bisschen schnell, aber da kann der Kilby leider nichts für. Leider. Leider. Ja, also in 5 Reliquien, ne? Um Dracula zu töten, finde alle und brich damit den Fluch. Genau, im Grunde wurde quasi Simon, also so erzählt die Story hier, nach dem ersten Teil, nachdem er ihn... Ja, wurde er verflucht von Dracula. Genau, er hat ja im ersten Teil Dracula getötet. So, das Problem war, Dracula war tot. Scheiße, ne? Also was machen wir? Wir tun einfach irgendwie erzählen, er hat ihn quasi danach verflucht. Das Problem ist, den Fluch kriegt er nur weg, ja? Indem er Dracula wieder erweckt. Wieder erweckt und wieder tötet. Bestens. Total beknackt, aber so haben sie sich damals die Story aus den Fingern gezogen. Und jetzt gehen wir gleich ins Spiel rein. Ja, zuerst mal fertig, tut mir leid. Ja, genau. Und damit, ja, du kannst ja schon mal ins Passwortmenü dabei reinhupfen. Und, ja, damit das alles funktioniert, hat er sich gedacht, ich tue meine Seele in 5 Reliquien verstecken. Und die gilt es hier im zweiten Teil, ja, kannst du ja, Passwort drücken. Achso, ich muss damit Slack rein. Warte mal, Skype war wieder so toll. Und hat hier den ganzen Quatsch leiser gemacht, ne? Weil das ja klar ist. Du hast auch den Screen verschoben, glaube ich. So, das ist nicht schlimm. Ich schiebe den wieder zurück. So. Okay, also, er mit Slack muss ich ja nämlich ausbilden. So, Passwort, pass mal auf. So sieht das nicht mehr aus. Nutze ein Passwort. Genau, das habe ich, wie gesagt, auch eingedeutscht. Und Ende habe ich eingedeutscht. Das war vorher nur end. Und auch für eine falsche Passworteingabe ist alles eingedeutscht quasi hier drin. War ein bisschen, das war ein bisschen tricky, aber ich habe es gemacht. War eigentlich eine schöne Aufgabe. Habe ich ein bisschen rumgebastelt. Und hat aber funktioniert am Ende. Die Passwortfunktion funktioniert auch noch. Das ist sehr gut. Ja. Genau, so war das. Wo war ich denn stehen geblieben? Bei uns. Ja, ich kann auch eine lustige, wie kam es denn eigentlich zu diesem Projekt überhaupt? Kann ich mal erzählen. Es kam eigentlich zu diesem Spiel, weil ich damals... Falscher Code. Genau, falscher Code. Weil ich damals alle Spiele mal so durchgetestet habe, die schon übersetzt worden sind. Unter anderem wurde dieses Spiel schon übersetzt. Okay. Von Sephiroth, ja. Kannst du mir ein Passwort sagen, was geht? Ja, könnte ich, aber dann wären wir gleich am Ende. Also, das wäre auch Sprache jetzt. Okay, okay. Das können wir dann uns am Ende nochmal angucken, ob das Passwortsystem tatsächlich funktioniert. Ja, das steht da. Es steht da, glaube ich, ein Passwort akzeptiert oder so. Okay, cool. Ja, kann es besetten. Und, äh... Ja, genau. Und, äh, wie kam es, wie gesagt, zu dem Projekt? Sephiroth hatte das übersetzt, hat es aber sehr schlecht übersetzt. Nicht nur, dass er, äh, grammatisch einfach nur Mist gemacht hatte, sondern auch, äh, die, 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 die Text, also der Text lief über die Textboxen und so. Also, im Grunde war das eigentlich gar nicht spielbar. Okay. Es hat zwar funktioniert, aber irgendwie war das, äh, irgendwie, ja, es war Mist auf jeden Fall. Das sounds interesting auf jeden Fall. Ich hab mir das, ich hab mir das auf jeden Fall mal innenrum angeguckt und er hat wirklich einfach so blanko das Zeug überschrieben, als gäbe es kein Morgen und dementsprechend sah es dann halt auch im Spiel aus. Das war so, glaube ich, sein erstes Projekt oder so, wie das aussah. Naja, hat es wirklich released? Also, ja, wirklich, das fand ich auch krass. Ja, klar, auf einen Moment musst du ja auch anfangen. Ja. Und wenn das nicht released, bekommst du keinen Response von der ganzen Community. Ja, aber, ey, das war so, das war so dreckig und hab ich mir gedacht, das geht ja gar nicht. Im Grunde ist das Game doch eigentlich gar nicht so schwer, äh, zu machen, ja. Da hab ich gesagt, ach komm, jetzt mach ich das fix mal. Da hast du zwei, drei Sätze fertig und hab ich gedacht, ach komm, jetzt machen wir das ganze Spiel. So ging das eigentlich los. Und, äh, jetzt ist das ganze Spiel mit Umlaut und er hatte nicht mal Umlaut reingefügt. Also, das, was ich extra auf jeden Fall gemacht habe, ist Umlaut und so ein Zeug reingehauen. Wir reden auch ruhig mal mit den Leuten, um zu sehen, dass auch alles deutsch ist. Als erstes solltest du einen weißen Kristall kaufen. Okay, mach ich. Der alte Mann sagt, ich soll den weißen Kristall kaufen, dann mach ich das demnächst. Ja, das ist nämlich das Nächste. Äh, in dem Spiel wurde, ein verborgener Verkäufer in der Stadt will handeln. Okay, cool. Entschuldigung. Ja, nee, kein Problem. Lest ruhig, wenn es dort steht. Äh, da oben kommen rein, glaube ich. Und jetzt ist die Kirche. Das ist die Kirche. Hier kann man seine HP auffüllen, glaube ich. Genau. Jetzt geht er hoch, Simon. Hallo. Äh? Du musst da rein, hoffringen, ja? Ja, ja, ja. Ich hab noch schräg umgedrückt, das mag der hier an der Stelle. Nee, 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 nee. Ich mag er nicht. Ruhig, etwas aus. Und dann kriegt man HP wieder. Ja, du kannst wieder rausgehen hier. Das ist bloß, ähm, teilweise gibt es ja auch versteckte Dinge, aber das weise ich dich dann schon drauf hin, wo das ist. Hier kannst du erst mal wieder rausgehen. Ähm, was wollte ich sagen? Sicher, dass hier nichts Verstecktes. Ja, so schau. Ich weiß, wo hier was im Spiel versteckt ist. Okay. Ich vertraue dich da jetzt einfach. Ja, ich bin ganz so schau. So, und zwar. Ja, wie gesagt, äh, Umlaute hab ich ja eingefügt, die hat er nicht gemacht, äh, da kannst du nicht rein, eins runter muss man jetzt. Geh mal die Treppe hier runter. Ja, wir gehen mal die Treppe hier runter. Ach so, was ich sagen wollte, genau, storytechnisch. Ist es so, dass, äh, dass die auch in der Japani hier, mit dem kannst du reden, zum Beispiel mal. Ich weiß kein Gegner. Oh ja. Ein weißen Kristall, 50. Wie viel habe ich? Wo sehe ich das? Sehe ich gar nicht, ja? Äh. Aber ich kann es nicht kaufen, also habe ich anscheinend nicht genug. Du hast, drück mal, ja. Gucken wir, ob es geht. Ne, ging nicht. Ja, genau. Doch, doch, ich hab's. Da ist ein weißes Ding. Ja, ich hab. Ein 0000-Herzen haben wir jetzt wieder. Na gut, wir haben es auf jeden Fall gekauft. Ja, red mal mit dem, ähm. Brauchst du Weihwasser? Okay, nein. Ach so, dieses Jahr, nein, habe ich auch reingepatcht, wie man sieht, ne? Mhm. Vorher warst du wahrscheinlich, hi! Doch, Weihwasser braucht man eigentlich. Was heißt, was heißt nein auf Japanisch? Ich weiß es gar nicht. Ne, Weihwasser braucht man fein. Tu mal, jetzt gehen wir hier rechts raus. Ne, gehen wir rechts raus. Oder, ne, gehen wir rechts raus. Ja, gehen wir rechts raus. Ja, gehen wir rechts raus. Thema, weil wir brauchen Weihwasser. Tu mal die Welt. Ja, tu mal ein paar Gegnerformen. Ja, ein Herz haben wir jetzt. Ja. Tu mal gucken. Zwei Herz haben wir sogar. Wahnsinn. Ja, wir brauchen nicht viel, 20 oder so. Tu mal ein bisschen was sammeln. Und dann, und dann geh mal wieder zurück. Und zwar ist es so, dass in der US-Fassung, ähm, ich glaube auch in der japanischen Fassung war das auch schon so, wenn ich mich nicht alles irrte, dass quasi die Dorfbewohner einen immer Tipps geben, wo es weitergeht und, äh, wo es vielleicht auch die versteckten Bücher gibt und so, wo es quasi, in den Büchern steht ja quasi drin, wo die Religien versteckt sind. Und dann geh mal jetzt wieder zurück. Was für eine grausame Nacht. Was geht jetzt ab? Ja, das habe ich auch übersetzt, ja. Was für eine grausame Nacht, genau. Okay, ist dunkel geworden, geil, um Artur. Oh, jetzt sind es damit zu viele Gegner. Ja, und stärker sind die wollen. Oh ja, der hat jetzt zwei Schläge ausgehalten. Oh, hat sich dafür ein halbes Herz gegeben oder so. Ja, ja, du, das, du musst dich ein bisschen anstrengen, also. Nachts. Okay, doppelt so viel Herz. Ja, ja, der hat doppelt so viel Herz. Deswegen muss er halt schnell zur Stadt, ja. Eieiei, komm her, du Fuchs. Fuchs. Ha. Ja, wir holen uns auf jeden Fall das Weiber so jetzt, ja. Äh, und zwar erzählen die einen, die einen Lügen in der Stadt und die anderen sagen, die Wahrheit in der Stadt. Okay. Also die geben auch teilweise falsche Hinweise. Das ist nämlich das Interessante bei den. Ich glaube, du hast noch nicht genug Kerzen gesammelt, oder? Ich weiß nicht, geh einfach mal in die Stadt rein. Das ist eh nachts, das ist scheiße, geh wieder raus, hör. Ja, aber nach nachts kann ich, glaube ich, nicht in die Gebäude reingehen, soweit ich das mitbekommen habe. Äh, doch, doch in der Kirche schon und das wäre auch erstmal ganz gut so. In der Stadt sind auch Gegner, so Zombies. Stimmt, ja. Wird's in der Stadt dann auch wieder hell? Ja. Deswegen kann's ruhig in die Stadt gehen. Okay. Ja, so sieht das erstmal aus, wie gesagt. Und manche lügen, manche nicht und so weiter und so fort. Das ist eigentlich sehr interessant, was sie da eingebaut haben, weil als Spieler war's ja früher so, ja, was die erzählen, das ist immer die Wahrheit. Ja, eben. Und das ist jetzt... Oh, guck mal, darauf ist die grüne Hexer. Das ist die Mirakel-Hexer. Ne, die sehen alle so aus. Okay. Sehr geiler Soundtrack auf jeden Fall, kann man nicht sagen. Die Bucke find ich geil. Das ist ja so ein Spiel, da werd ich mir den OST für kaufen. So, hier komm ich zumindest nicht rein. Ne, da kommen wir dann, äh, ja, kommen wir noch rein. Oh, der kann sogar Peitsche schwingen, wenn der auf der Treppe steht. Ja, schade. So, hier. Ich komm nicht rein. Äh, in die Kirche kann ich mir... Ach, sorry, geht nicht rein. Da kannst du mal runtergehen hier. Ja, genau, gehst du mal links runter. Das wird ja eh gleich talk wieder. Äh, gehst du mal runter und, ähm... Da gibt's so eine Tafel in jeder Stadt. Da hab ich nämlich so ein Symbol reingehackt. Eine Tafel. Ja, so eine Tafel. Da sind so ein Schild. Ganz runter, oder? Ja, ja, ganz runter, siehst du, klein. Siehst du die Rechtssache? Ja. Ah, ja, da. Okay. Da muss man hingehen und hochdrücken, glaube ich auch. Und Peitsche noch mal hochdrücken, oder? Bist du weiter rüber? Ne, bist du mittig. Geh mal links. Ah, jetzt. Gehe, Pfeil. Also, geh rechts. Den Pfeil habe ich reingemacht. Okay. Geh links zu den Barlesko-Sümpfen. Genau. Also, da ist nämlich das nächste. Soll ich jetzt noch links gehen? Weil, weil... Ne, wir müssen noch... Weil, im Grunde ist das Problem gewesen, dass da gar kein Platz war für Right und andere, ne? Right and Left. Right and Left hätte dort stehen müssen. Aber rechts und links, da war echt kein Platz mehr. So, wir müssen jetzt warten, dass Tag wird. Ich hoffe, es wird jetzt jeden Moment Tag. Ja, ich denke doch auch. Aber es scheidet noch statt nicht hell zu werden, habe ich das Gefühl. Doch, 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 doch. Wird's. Definitiv. Wird's definitiv. Aber es muss Tag werden. Damit wir quasi das Weihwasser uns holen und... Und dann kommen wir sonst nicht weiter? Doch, aber dann kriegen wir nicht alle Secrets. Okay, cool. Also, wir könnten theoretisch jetzt schon voll weitermachen, aber... Weihwasser... Jetzt wird's Tag. Die Übung besonnen vertreibt mir den Schweiß von der Sturm. Und jetzt schnell in, ähm... In die Stadt. Genau. Da holen wir's Weihwasser und dann machen wir... Dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Wir sehen, wie die Peitsche nach rechts rausgeragt ist. Nö. Oder nach links rausgehen und rechts wieder reinkam. Ach so, ja, das ist so. Das war hier das Weihwasser, ne? Ja. Ich glaube, wir haben... Gut, da brauchst du Weihwasser. Jo. Ich brauch den guten Stoff. Gib, gib mir. Gib mir den Stoff. Okay, jetzt gehen wir einfach mal nach links, äh, rechts weiter, ja. Jetzt haben wir ja unseren ganzen Stoff. Wir sind full of life. Ja, jetzt kannst du ja auch mal außerdem mal die... Jetzt hast du alles... Nee, du kannst links jetzt mal den Typen noch anquatschen. Den haben wir nicht vergessen. Kannst du das mal zeigen? Den... Und dann da oben ist noch einer. Ist, äh, in der Stadt... Pharos... Äh, Pharos. Der Pharos. In der Stadt Pharos sind Tipps zu Draculas Rätsel. Okay. Rätsel, ja. Auch ruhig mal auf die Grammatik achten. Das ist ja so ein halber Beta-Test hier. So ein halber. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da alles correcto mundo übersetzt habe. Eine Flamme in deniswald lodert auf dem sechsten Baum. Das ist zum Beispiel so ein... Shit. So ein Shit ist das. Auf dem sechsten Baum lodert ein Feuer, das verstehe ich sowieso nicht. Oh. Man muss auch nicht alles verstehen. Das sind dann so die Red Herrings. Dann hast du dann das Feuer und kannst damit nichts machen. Dann schleppst du die ganze Zeit bloß das Feuer mit dir rum. Ja. So, jetzt gehen wir genau. Jetzt geht's genau richtig. Und da müssen wir dann quasi dahinter. Ah ja, du hast dir das Bild leicht verzögert, leider. Ja, das macht nichts. Gehst du weiter, 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 weiter. So, jetzt bin ich nämlich schon im nächsten Screen nach rechts raus. Naja, weiter, weiter. Hier ist so eine Brücke und hier kommt Zoras. Villa Zoras. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Der schweiß, ich weiß. Der schweiß, ich weiß. Alles okay. Hör auf. Komm her. Komm her. Ah, er hat mich getroffen. Ja, hier musst du aufpassen, also. Hey. Oh, hey. Das habe ich aber richtig hard skill bewiesen, dachte ich aber. Shaka. Okay, okay. Komm, spuck mich an, du widerliches Tier. Aha, ups. Ja, ich habe ihn ins Wasser reingeditcht. Die sind ja richtig kacke, die Viech da. Ja, die sind schwer, ja. Ah ja. Also leichter wird's nicht. Okay. Oh, ich bin getroffen, aber ich komme da nicht rein. Ich glaube, ich hier noch irgendwann sowas wie eine Rolle. Was? Dass ich dann da unten durchgehen kann? Ja, du musst jetzt hier runter. Nee, hier nicht. Nee, nächstes. Oder was? So, ich dachte, nee, ich dachte, man kann da runter. Ja, man kann da runter. Also, nee, ich dachte, man kann hier irgendwo sich durchrollen dann so, weil Simon dann doch einmal spurtlich wird. Ja, nee. Jetzt hier musst du runter. Machst du? Ja, ich weiß. Das mache ich. Warte, ich habe das Herzchen mit? Ja, genau. Da unten in der, kommen wir jetzt zur Veros Stadt. Also, Stadt Veros. Und dort gibt es dann ein paar Tipsy. Okay. Ist hier ja links zufällig, was da steckt? Das sieht so aus. Nein. Du kannst doch alles probieren, wenn du willst. Kein Problem. Okay, das sieht leer aus. Du, 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 du. Ich, oh, 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 Alter, habe ich mich vor dem Typen erschrocken, ey. Rippen schützen dich vor dem Bösen. Das glaube ich nicht. Ja, doch, doch, die Rippen, ja. Nee, das ist auch nicht so, was für eine. Ach, jetzt wird es noch. Oh nein, nicht gerade jetzt. Ach, scheiße. So, das heißt, wir können hier Gegner formen. Das heißt, wir könnten auch hier den Part zu Ende bringen. Oh, wir lesen jetzt mal dieses Schild. Genau. Echt, zum Beispiel schon so weit? Hi, oh, oh. Was? Ich hatte da gerade den Filtermuss voll fett weg attackiert, ey. Leg mich hart am Arsch. Ja, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, würde ich mal sagen. Wenn es wieder rein ist, let's play. Castlevania 2 auf dem NES. Die Don't You Will Setson von dem Kill Bill 1.5.8, der hier mit dabei ist am Start. Jo, jo, jo. Am Start. Und dann sehen wir uns nämlich wieder, wenn es hier Tag ist. Also, macht's gut, bis dahin und tschau'sen. Juhu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.